Hallo! Ah, ich kann nicht mehr rollen! Okay, Servus! Äh, Steuerung war's nicht, ja? Ja. Haben wir jetzt wieder nicht bestätigt? Drei Wochen, vier Wochen? Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Läuft bestimmt gut, so Kallstadt praktisch. Äh, kamen wir hier raus? Nein, oder? Glaub ich, hier müssen wir... Ja. Glaub ich. Ich sehe, was so bist du. Ja. Ja, okay. Okay. Ja, noch so ein Aufzug. Na komm. Ihr braucht aber... Oh, die Polster. Äh, schick, ja. Irgendwie Raum für Aktivitäten. Hehehe. Jetzt euch niemand weh tut. Mhm. Hast du denn eigentlich? Ja. Okay. Bah. Ja. Äh, 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 äh. So, Kabel. Oh. Ich will ja aufheben. Gasflaschen nicht aufheben. Ja. Ja. So. So. Wiegen Kamerasachen. Hm. Hm. Ich will vielfass einfach traumasweckend aus dir, die... ...gebrochenen Glasscheiben und alles. Ja, doch. Mhm. Contamination Protokoll. Arm hoch. Dann dann Dusch und dann Kopf. Dekontamination wird eingeleitet. Willst du schnell halten? Oh, das geht nicht. Haben die Arme gar nicht hochgenommen. Ey. Ey. Guck mal wer da ist. Das ist das Rosettas Labor. Ja. Ach, endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Kaputt machen. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Äh, nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Okay. Die haben sie in Stücke geschnitten? Ja, cool. Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube da vorne ist noch eins. Wo? Hm. Sie hinzugefügt. Finden sie... Rosetta. Was ist das? Ein Teil von ihr. Die Pack? Hm. Soll ich dir auf jeden Fall... Ah. Ist da drin? Äh, was? Wie was? Ja. 100 pro. Okay. Ah. Was zum Enker machen wir jetzt damit? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja. Da drüben. Haha. Genau da. Ich weiß nicht, ob ich hier schreiben konnte. So. Hehehehe. Hehehehe. Setz du das Ding halt ein? Oh, wie geht das? Sonst geht nicht. Äh. Was? Was? Oder so. Das ist langweilig. Hehehe. Super. Okay. Mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Nein, wir können das nicht einfach da einsetzen. Wir müssen das durch Luftgeschäft schicken, damit das ein Roboter machen kann. Hehehe. Die Zukunft. Aber nicht das wie ein Mensch. Laut Unterlagen gibt es noch vier weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat drei Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Hm. Wie ich Schmidt bekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Einen Sicherheitspass. Willst du es probieren? Nein. Warum kann ich da nicht rauf? Ich will nicht verprügeln. Die ist verbräult, die Treppe. Ha. Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Kodex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Den Rest von Rosetta, ja, ja. Haben wir sowas nicht schon mal gesehen? Hm. So diese Eisscheibchen. Hm. Die Aliens. Sehr makaber, ja. Übrigens ist hier Wanddekoration aufgefallen. Sehr geschmackvoll. Hm. Wo denn? An der Wand. Da, wo Wanddekoration in der Regel ist. Oder siehst du die gar nicht? Ich sehe, weil diese komischen Marker sind. Achso, ja, die schon. Naja. Nicht so besonders. Aber. Eko. Die Kontamination wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Also dürfen wir da hochrennen. Yeah, yeah, yeah. Durch die Gummizelle. Offensichtlich hat diese Einrichtung drei Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paleo-Ontologie und eins für geologische Studien. Welches habe ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac Ende. Aha. Wie habe ich das vermisst? Aber ehrlich, lag die da schon? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Naja. Äh, die erste links. Ah, echt? Gute. Ja, ich mein, hier geht's auch raus, ne? Von daher, vielleicht ist das hier den neben ist, wenn die besuchen. Hm. Überall. Wir können jetzt überall rein, wir haben den Master Key. Okay. Oh, schön. Sie meine Ahnung. Achso. Wolfram, ja, Bots, ne? Komm. Ja, lang, anscheinend. Gripcore, ah, okay. Hat doch grad irgendwer gelabert. Ja. Da ist dein Körper. Der hat grad selbst gekillt. Ähm, wenn du es nicht gemacht hast. Ich hab nicht geschossen. Ne. Ich trenne mir nur ein paar Gliedmassen ab. Achso, ich flammel hier. Ein Zingifor mit vollem Zoom ein. Will die Gliedmassen hochheben. Darfst du nicht. Will aber. Hier ist übrigens eins. Und die Puzzles? Hm. Ja. Ey. Kiste. Was musst du mal? Schlegst die Wand. Steuerung. Match. Es ist hier noch eins in der Nähe. Durch die Wand durch. Yay. Also nein. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Da hinten. Hm-hm. Ne. Okay. Ja, also kann ja sein, dass wir irgendwie recht nah beieinander sind. Bist du. Bin schon raus. Ah ja, okay. Hm. Hm. Habe ich ihm irgendwas übersehen? Na, ist die da leer aus. Gut. Yay. Die wird bestimmt einbrechen. Na hin. Noch nicht. Vielleicht später. Das Eis knackt auf jeden Fall schon. Das ist vertrauenserweckend. Oh ja. Boah. Diese scheiß Kühe. Is dich, Kuh. Boah. 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 Ah so ich hab ja Flammle's also drauf. Haha. cza시 hin.. und blanton wird. Ist das nicht herrlich? Wollen wir uns mal da hochgehen? ÄÄÄÄÄÄÄ? Jo. Du hast ja irgendwie die Mediatek-Teilen, ne? Jo. Das ist ja von hier. Mach doch gerne. Warnt ihr schon mal? Ich hab die Beige getanzt, ey. Boah, jetzt hab ich nie ins Dresse geschossen. Ey! Mistvieh, ey. Gibt's aufs Maul. Die sterben schon aber auch nicht, ne? Mit der Shotgun voll in die Fresse. Sie müssen mir helfen! Schade, zu spät. Ich hab übrigens gesehen, du kannst mich ins Dase versetzen, dann fahr du dich langsamer. Wenn du gar nicht zu mir kommst. Ja. Du weißt, wie das abläuft. Du darfst von Anfang an nicht sterben. Das ist das gleiche. Du darfst jetzt für dich gleiche machen. Das ist das gleiche für die Leute. Ach so. Jetzt hab ich... Ja, aber ich hab's wegen der Lautstärke nicht verstanden. Ja, das ist auch. Stier! Mach doch langsam mal. Nein, glaub ich nicht. Nein! Alles aber. Ja. Hm. Wie leckere Eiswürfel. Na, up the fuck. Yay! Hm. Real Music ist... auch jetzt etwas laut. Soll denn das? Ja. Sorry, aber ich muss die echt... Ebenso, ebenso. Aber ja, ich bin auch schon ziemlich weit runter. Ich bin fertig. Jo, ich auch. Naja... Oh, Alter. Hier schaut's einigermaßen gut aus. Oder sind wir hierher gekommen? Ne. Ne, sind wir nicht. Aber hier ist nur irgend die Postle, oder ist das wie außerhalb? Ne, ist hier. Die Ecke. Da geht's. Tess? Tess? Hallo Isaac, ich weiß, Sie sind da draus und kriechen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich für einen überäufigen Kreuzritter, der stuf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle Sie dafür nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft. Von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich Recht habe. Mit allem. Aha. Solang du deine Klappe hältst. Sehr schön. Jey, wieder so ein Dreier-Ding. Kann man hier irgendwas erkennen? Viechern? Ne, ich hab die... Kennen wir so alle nicht oder noch nicht. Schaut aber extrem komisch aus. Jo. So ein... Hinten am Aquarium sind da immer so... so Bitteln. So schaut das irgendwie aus. Was? Bilder. Hinten ans... ans Aquarium drangemacht. Damit es halt noch was ausschaut. So schaut das auch aus. Jetzt wo du sagst, ja, es ist nicht wirklich richtig 3D. Hm. Naja, da haben sie wieder gespürt. Ja, ne. Kostet ja auch nur einen vollen Preis. Da kann man sowas machen. Hm. Gibt's ja die... Gibt's ja die... Gibt's ja die... Gibt's ja die... Gibt's ja mal die DLC für... Ja, haben wir ja. Ne? Ja, sehr geil. Oh. Ich kann auch in die Position sein direkt. Sehr schön. Hm. Ah ja, hier. Ich spam. Heißer Tod. Pack da EarthGothram. Aha. Heißer Tod. Der ist ja ganz schön heiß, der. Ja. Ja. Ja, ne. Schon alles außerhalb. Na ja, gut. Hm. Guuuut. Äh, ne. Hier müssten wir. Dann. Warte. Ich hab mein Inventar. Naja. Oh. Aldi hallo. Hm. Schön. Ich will den zerfleischen. Warte. Warte. Okay. Gut. Da ist noch einer. Ja. Bitte nach dir. Tut mir keinen zwang an. Äh, ne. Der geht nicht. Der ist kaputt. Er ist festgefroren, ne? Autsch. Und du bist auch kaputt. Ja, genau. Weißt du? Ich berühr's mit... Schienbein. Und mir fliegen alle Körperseite weg. Ja, sicher. Tests. 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 Hallo Isaac. Ich weiß, Sie sind da draus. Und kriegen irgendwo rum. Glaub schon. Sie halten mich wahrscheinlich für einen überäufigen Kreuzritter, der stupft den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle sie dafür nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin. Der Fakten und Vernunft. Von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich recht habe. Mit allem. dass er schlagen muss. Na ja, ging doch schnell. Ja. So. Trotzdem los. dies als vorteil wir können jetzt noch mal beim zerfleischen zu schauen ja das ist wahr das ist schön aber ich möchte das richtig ins bild setzen und jetzt noch was epischer er bewegt sich auch nicht mehr nein ich gehe da jetzt nicht noch mal rein das scheint auch irgendwie deaktiviert zu sein aber da gibt es bestimmten trigg da hat hier a hier ich hab losklassen das spiel ist nur auf dem arsch dass sie das Irgendwann steifend weiter, dass du nix. Ah, jetzt geht's bei dir oder? Na, hallihallo. Da muss man ja anscheinend sogar hier hin. Mhm. Eins. Oh, Monster. Oder? Ja, schmeiß das wertvolle Ding einfach in die Flüge, sonst ist kein Thema. Ja, Monster. Boah, der hat ne Knarre. So viel Organ, die haben den Sack von den Dingern. Der bewegt sich noch. Warte. Wo ist das denn hin? Wie viel Pfeffert. Da. Ach, stimmt, das können wir da rein tun. Ich habe doch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite vor, sobald es hier ist. Ach ja. Ich weiß, was wird er wieder erkennen? Hm. Ja. Ja. So'n Fuß erkämmten wir schon wieder, oder? Ja. Ja. Bei den Tieren! Was du auch vorhattest! Sie sind vorbei! Ordnungsverräter! Nope. Geben Sie auf, Isaac! Sie kommen da nicht mehr lebend raus! Ja, Alter. Nur zu, Arschloch! Doch! Ach! Jojo! Hast du Robots schon überhandelt? Ne, noch nicht. Jetzt wird mir keine Nachricht dazu bekommen. Ah, der Earth-Gropp daran nennen muss. Seht mich jetzt gerade, was macht der? Ja, gut, das schaue ich auch nach. Ja, guck auf. Ein gebauter Upgrade. Äh, okay. Up-upgrade. Ähm, maybe Packs? Mehr als reichlich. Nein, ich will nicht teilen! Sucher-Bots! Hm. Muss meiner auch schon da sein? Ja. Muss man immer noch reingehen, logischerweise. Mhm.